Es kommt der Tag der Tage, an dem auch ich falle. Es ist schwer. Ich weiß noch nicht genau, wie es weitergehen soll. Ach du heilige Scheiße. Geh! 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 Hier ist er! Was geht? Ja, ich mache gerade Quests. So, hier wird jetzt wahrscheinlich ein Spieler hocken. Normal ist dieses Spielerspawn. Okay, hier ist er diesmal nicht. Dann, ja, gucken wir mal. Was geht bei dir? Hä? Wie geht es dir? Ich hoffe, die Temperaturen sind erträglich. Ja, alles. Alles im Bereich des Machbaren. Oder des Erträglichen, sagen wir mal so. Wie schaut es bei dir aus? Auch alles schigo soweit. Bin noch ein bisschen kaputt von der Arbeit tatsächlich. Aber Temperaturen machen mir jetzt gerade nicht so die Probleme, um ehrlich zu sein. Da bin ich nicht ganz so empfindlich, zum Glück. So, wir müssen nicht überleben, das ist mir relativ egal. Wir müssen am besten einfach einen Spieler töten. Alles klar. Einen haben wir. Ich schäbbar. So, wir müssen jetzt... Oh Oh Eh Keine Ahnung wo der ist Keine Ahnung Keine Ahnung Keine Ahnung Keine Ahnung Ach hier oben auf der Treppe Das war's für heute. Nein, das wär fast der dritte gewesen, scheiße, schade, fuck. So, Türen sind nicht offen, das ist ein gutes Zeichen. Ähm, ja, fangen. Oh, okay. Ja, hier war auf jeden Fall gar niemand. Doch. Alles offen. Alles offen? Die Dings waren alle offen. Okay. Komm, Flugzeug? Nee, hier ist nicht. Soll ich gucken gehen? Ich geh gucken. Wegen Flugzeug? Ja. Oh, sind das Spieler? Ich bin es nicht. Zwei PMCs. Oh, Alter. Wo bist du? Draußen bei dem Lagerfeuer, zwischen den zwei Gebäuden. Ah, okay. Ja, ja, ja. Also hier irgendwie. Kommst du jetzt zu mir? Hallo, Bro. Hallo, Bro. Einer ist tot. Ja. Guter Kill. Hallo, I'm a SCAV, Bro. I'm a SCAV, I'm a SCAV. Ja, ich hab hier, ich hab hier einen SCAV-Spieler neben mir. Hinter mir. Ich push den mal. Der muss hier irgendwo sitzen. Was für nicht? Hier unten. Hier unten. Nice. Good Kill. Nice. Wie geht's denn? Oder hab ich jetzt unseren SCAV getötet? Kill ihn, fucking dick. Kill ihn. Kill den Spieler. SCAV. Was ist er denn? Hallo? Ey. Ich hab kein Magazin mehr. Ich hab kein Magazin mehr. Hab ich ihn gekillt? Nein. Hat er irgendwas gesagt? Naja. I'm a SCAV, sagt er. Bring ihn um, wenn du nah dran bist. Mit einem sicheren Schuss. Weil er mich gekillt hat. Kill ihn. Kill ihn, kill ihn. Kill ihn, kill ihn. Nice. Okay. Repetition für dich. Das war noch ein Spieler gewesen. Der da gewartet hat. Volle Konzentration, jung. Konzentration. Die Glatze glänzt. Perfekt. Anklang. Und'n un cookie? Anklang. Anklang. Was? Hallo? Nein, nicht auf Customs und Scheiß. What? Server Connection lost? Was geht denn hier ab? Das könnte jetzt direkt mein Tod gewesen sein. Ja, vielleicht doch. Geht hinter mir schon gut los. Geht hinter mir schon gut. Geht hinter mir schon gut. Wir brauchen Emilia. Die Sounds sind... Das Tod ist eigenartig. ... 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 doch auf den Mist Dude hatte da natürlich richtig die Erschkarte dass er von mir und von dem einen Typen da beschossen wurde er rennt nach hinten um Deckung zu suchen und kriegt von mir nochmal die Breitseite natürlich dann ein bisschen unpraktisch So jetzt haben wir ganz viele Sachen bekommen die wir brauchten sehr schön Und bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Tschüss 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 Tschüss